Als Betreuer ist nichts dabei, wenn ich euch erzähl' die Geschichte. Aber immer ganz persönlich, bei Facebook läuft das nicht. Auch bei Instagram mach' ich gar nix an, das lass' ich lieber sein. Schon beim ersten Satz beginnt die Haarzer, schießen sich die Hater ein. Draht ihn nicht um, oh oh oh, der Korrental macht mich so stumm. Oh 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 oh, egal wie zuckers süß du bist, der Pöbel wünsche den Rest und noch die Pest. Ja, draht ihn nicht um, oh oh oh, der Korrental macht dich so stumm. Oh 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 oh, jeder Idiot hat da ans schwarze Brett. Und das ist meist nicht nett. Da sind wir lieber netter und schreiben letter, denn wir wissen ja. Wer schreit, der bleibt in Erinnerung. Servus, Papa, macht's gut in Hamburg. Papa, Servus, die Wagen, Dankeschön. Ich muss ja mal loslegen jetzt hier, Dankeschön. Ja, das war zum Warmwerden, aber ich sag Ihnen was, Sie stehen am sichersten Ort der ganzen Passage, wisst ihr das eigentlich? Ja, hier ist ein Ehepaar, ich nehme an, Sie gehört, also man muss schon sagen, also die Jacken habt ihr zusammengekauft, oder? Nein, doch nicht, echt nicht. Darf ich mal Vornamen? Du bist die? Ulla und? Ulla und Jürgen, kommt ihr aus Hamburg? Welche Ortsteil? Bitte, Fuhlsbüttel. Ach, ihr seid das morgens beim Frühstück. Unter den Wolken muss das Frühstück wohl grauenhaft sein, hat 1,2 schon. Also Ulla und noch mal? Und Jürgen, Jürgen, machst du schon noch was? Bist du Rentner? Schlimm, das Rentner hat noch keiner überlebt, weißt du das? Okay, Ulla und Jürgen, was hast du früher gemacht? Okay, gut, Ulla und Jürgen aus Fuhlsbüttel. Warum frage ich das? Weil ich ein Wunder vollbringe. Ich sende jetzt einen, habe einen direkten Rat zu unserem Gesundheitsminister. Der freut sich nämlich, denn Sie stehen, also ich sage, 2018, wie gesagt, es zieht, heute sagen wir, Gott sei Dank.